freunde herzlich willkommen im prozessarbeiten heute zu diesem neuen video und heute geht es um eine sehr sehr wichtige sache über eine sache würde ich mit heute reden die wo die meisten eigentlich immer hinten anstellen oder entweder gar nicht sich dafür interessieren und zwar geht es um datensicherung aber stopp nicht um ein backup von eurem system sondern um die wichtigsten daten eure privaten daten wie videos fotos musik und was er halt eben alles so haupt ich habe heute gedacht ich habe heute ein foto aus angesehen aus den jahren 1999 ich bin jetzt 41 jahre alt aber gestern foto album zum beispiel angeschaut wo ich frisch auf die beurte gekommen wenn es über 40 jahre her das ganze die frage ist jetzt mein nachwuchs wird der in 40 jahren auch noch von sich fotos sehen wie er auf die beurte gekommen ist das ist gar nicht so wahrscheinlich denn heutzutage haben wir bilder nicht mehr so als hard copy oder oder bilder bei fotoalben so es gibt es heutzutage fast nicht mehr heute sagen wir haben alles digital mit einer digital kamera es wird gefilmt ist er fotografiert die daten werden auf die festplatte geklatscht und dann wird sich meistens nicht mehr darum gekümmert ja es wird sich nicht mehr darum gekümmert ist einfach scheißegal die daten liegen da jahre vielleicht 567 89 jahre und plötzlich kommt der große crash und die daten sind alle weg und dann ist der ärger natürlich groß ja jetzt haben meine daten weg das war's und da können wirklich sehr sehr schöne daten und schöne erinnerungen verloren gehen und damit das nicht passiert will ich euch heute mal meine methode vorstellen mit der ich schon mittlerweile seit über 30 20 jahren datensicher wie gesagt ich habe gerade foto angeschaut von 99 das hat bis jetzt überlebt weil ich eben eine gewisse wie kann man sagen eine gewisse methode habe die heute erklären wir vorstellen würde in dem video und wie gesagt das ist meine methode es gibt viele andere methoden das ist ganz klar ich versuche ich meine methode zu erklären und wer das machen würde konnte sicher sein dass seine daten für die nächsten jahre gesiert sind ich rede aber jetzt von zwei oder fünf bis sechs jahre sondern von zehn bis 20 wenn ich sogar von mehr jahren ja wie ihr hier schon mal sehen könnte sind ist hier mein wichtiges mein wichtigstes utensil für das ganze und zwar ist das eine docking station für hdd festplatten ich speichere momentan noch weil es einfach noch ein günstiges und sicheres medium ist auf hdd festplatten nicht auf ssd denn so eine 2 terabyte ssd festplatte ich rechne hier mit 1 terabyte und 2 terabyte festplatten ist einfach meine daten vollkommen ausreichend ich habe momentan 600 gigabyte bis 1 terabyte was ich mitnehmen will für die zukunft wenn es natürlich bei euch mehr ist dann müsst ihr euch natürlich größere festplatten kaufen es gibt auch leute denen die benötigen dann eine 4 terabyte hdd festplatte ja hier seht ihr bereits es wird gerade eine sicherung geschrieben von genau diesen platten hier das sind meine uralten externen festplatten ich glaube sieben bis zehn jahre kommen da schon hin ich habe die ganzen daten jetzt hier runtergezogen daten die ich doppelt hatte gelöscht und schreibt diese daten jetzt auf meine hdd macht meine western digital 1 terabyte ist jetzt eine festplatte wo daten drauf sind die wo nicht so ganz wichtig sind ja ich habe mir zwei neue festplatten noch geholt ihr hier seht es an zwei terabyte hdd western digital blue die sind niegelnagelneu laut aufschrift mai 2019 fertigungsdatum und hier werde ich meine wichtigen daten auf eine aufschreiben und dann im nachhinein werde ich die beiden festplatten spiegeln klonen spricht ich habe dann zwei festplatten mit absolut identischen daten geht eine kaputt habe ich sie immer noch von den anderen dieses mache ich alle halben jahr ungefähr dass ich die komplett neu beschreibt und immer wieder spiegelt das ist der nachteil an der ganzen geschichte ist wenn man es bis halbjährig macht die daten wo zwischen anfang und ende quasi in dem halben jahr sind wenn da was kaputt geht dann sind die daten weg aber ich sage immer das ist immer noch besser als seine kompletten daten der letzten jahre zu verlieren dann könnt ihr hier sehen habe ich hier so einen richtig schönen kleinen koffer in dem wo ich meine hdds lagere noch besser wäre es natürlich jetzt wenn man mit redundanz beginnt also wenn man redundant arbeitet sprich drei festplatten dreimal gespiegelt dreimal geklont auf drei festplatten dreimal die absolut gleichen daten ist ja das optimale und dann die drei daten an unterschiedlichen orten lagert ja zum beispiel in meinem haus dann immer eine im haus der schwiegeraltern und eine ganz woanders ja aber nicht jeder hat mehrere häuser und mehrere möglichkeiten das wäre natürlich in der redundanz das optimum so mal zum beispiel wohnungsbrand man hat alle drei platten in den koffer naja koffer verbrennt alle daten weg es wäre also die hundertprozentige sicherheit das hundertprozent gibt es eigentlich nie bei datensicherung es wäre also die optimale sicherheit drei platten und die an drei unterschiedlichen orten gelagert ich habe aber das ist nicht drei unterschiedliche orten ich habe das in meinem koffer ich habe zwei platten nach dem wo die wichtigsten daten sind sie gespiegelt werden jedes halbes jahr geback up ihr könnt es ja gesehen in der docking station die docking station übrigens die ist von ina tech ihr könnt ihr hier auch offline klonen sprich ihr braucht das in den pc nicht angeschaltet haben wir können die die festplatten klonen dauert allerdings eine zeit lang je nach datenmenge aber ich bin sehr zufrieden mit dem teil man kann ssds verwenden drin und hdds das ist ein hartes drive und solid states kann man drin verwenden ich glaube mit beliebiger größe das weiß ich weiß ganz genau nicht ganz genau es ist egal ob hier der arbeit haben auf jeden fall funktioniert bei mir und da werde ich jetzt schon langsam meine ganzen daten schreiben und klonen das ist ja sollte gehen heute auf morgen ist es dauert vielleicht ein bis zwei tage natürlich ganz klar das optimale medium wäre natürlich magnet band aber es ist eher für firmen zu empfehlen und es werden in sehr großen datenmengen billiger für ein privater wenn das magnet band allerdings meiner meinung nach ich sage immer meiner meinung nach ja uninteressant ich persönlich bleibt bei hdds wenn es zum beispiel mal sechs bis sieben jahren heißt hdds kommen weg kommt neues medium vielleicht die ssd oder was ganz neues was man gar nicht kennen da muss man natürlich langsam anfangen es kommt eine von heute auf morgen ja das heißt der von heute auf morgen geht keine hdd mehr und gibt es nicht mehr und hier und da kann man langsam anfangen dass man die alten hdds aufs neue medium schreibt und so muss man halt immer ein bisschen am ball bleiben muss ja schon wieder gedanken machen über seine daten wie man die in die zukunft mitnehmen will ja und wenn es dann neue formate mal geht zum beispiel jpeg zum beispiel würde es plötzlich nicht mehr geben dann muss man langsam beginnen die fotos umzuwandeln in das jeweilige format zukünftige format was dann eben kommt also man muss hier immer am ball bleiben mit der datensicherung was eben die wenigsten machen und dann ist natürlich dies die der ärger groß wenn es da mal eine platte crasht und blitzschlag oder sonst irgendwas und die ganzen daten sind weg weil man sich eben in den letzten jahren überhaupt keine gedanken darüber gemacht hat wie man seine daten sicher verbringen will ja das war im endeffekt jetzt mal meine möglichkeit meine lösung die wo ich schon seit jahren verwende ein die daten mitzunehmen in die zukunft wie könnte es genauso handhaben und genauso morgen müsste es aber nicht so morgen jeder hat da seine anderen möglichkeiten vielleicht schreibt seine möglichkeiten einfach mal in die kommentare ich bin da sind immer froh und immer interessiert haben wie andere leute soll das machen ja und ich glaube durch gemeinsamen erfahrungstausch kann man einfach dann für sich selber den bestmöglichen part rausziehen so in diesem sinne leute vielen dank dass ihr wieder mal dabei war bei meinem video dass ihr ein bisschen zugeschaut habt wie ich meine daten sichere wenn es euch gefallen hat wie immer damit nach oben haut zum kommi rein abonniert mich es wird in zukunft noch viel mehr geben hier auf diesem kanal mitunter wahrscheinlich let's plays und lauter sachen aber wie gesagt das ist noch zukunftsmusik ich wünsche euch noch was leute danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal